Ja, und weiter geht's mit CapDev Minecraft 2. Da oben ist ne Kiste, die ich übersehen habe. Ah! Ah, cool. Glück. Diamanten. Ne Enderperle nochmal. Oh, da muss ich mich von ein paar Sachen wieder... Warte. Mhm. Leder. Gut. Weizen, Hühnereier... Oh, so viele gute Sachen. Wird da so ne Fisch hier sein. So. Das Leder kommt mit. Ja, was kommt noch mit? Die Enderperle. Lapuslazuli Erz. Wo hab ich denn das denn her? Hm. Hm. Heisenherz. Oh Mann. Die ganzen Taschen sind voll noch. Fichtensetzling. Was lassen wir denn hier oben? Das kann ich alles gut gebrauchen. Hm. Wo ist Rindfleisch? Feier. Ist immer so schwer, sich von irgendwas zu trennen. Ich weiß, was ich mache. So. So. So muss ich mich von nichts trennen. Außer von einem scheiß Block. So. Ja, das Problem wird jetzt ja Feuerzeug sein. Hm. Hm. Das muss ich mich doch von etwas erst mal kurz trennen. Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Feuer aus. Cool. Cool. Cool, hat sogar geklappt. So. Tja. Jetzt werde ich mal das Buch mal hier reinpacken. Das Leder packen wir mal hier hin. Diamanten da erstmal hin. So, jetzt kann man das einsam. Los, rein mit dir. Oh, ein Disco. Schwein, aber nur für kurze Zeit. So. Dann brate ich mal ein bisschen Schwein. Schwein. Was wollte der Pip geben? 15 Rohr Hühnchen gibt er mir eins mal rein. So. Ich habe jetzt... Oh, scheiß Huhn hier, ey. Alle Eier verschwindet. Nur wegen so einem blöden Huhn. Da ist die Enderpiele. So, was kommt da mal hin? Das brauche ich. Wirkungslos. Warte mal. Erfolge. Wie weit bin ich denn da überhaupt? Das Ende... Ach. Verzauberer haben... Ich brauche einen Tisch. So leid es mir tut, aber Hühner haben in diesem Stall nichts zu suchen. So, habe ich den schon mal entledigt. Der muss irgendwo hier sein. Der Dungeon. Guck mal in die Richtung. Guck mal in die Richtung. Guck mal. Also, ich muss mal eben gucken. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal. Nein, Jegown... Guck mal. Guck mal. ok da ist so viele gute Sachen das lassen wir mal hier das Auge lasse ich mal hier den Tech nehmen, Kürbis nehme ich mal mit was lasse ich dafür erstmal kurz hier die Feder oh ein Pilz kann man immer Gucke brauchen dafür lasse ich mal den Bogen hier statt der Kohle nehme ich die Schallplatte mit und den Heimann kann ich nicht mitnehmen oh eine Endermite so dann geht's mal wieder nach oben was soll die nach oben kommen hehehe so kann man Creeper einkommen ich geh erstmal schnell nach oben ziel erreicht was ich erreichen wollte tja und die müsste ich jetzt noch ach ich hab ja hier noch eine Truhe so wo stellen wir die Truhe denn mal am besten hin am besten hier so hier kommen die ganzen Sechslinge rein das kommt da rein das kommt da rein das haben wir auch den Plünderungsfisch kommt da rein wie soll es das mit da rein das brauche ich auch nicht das auch nicht das auch nicht ach und das nicht das nicht und das nicht den brauche ich natürlich nicht das das nicht da brauche ich erstmal nur einen von den und den so so packen wir rein dann essen wir erstmal ein Milchchen wo haben wir denn den braunen Pilz dann machen wir hier so eine kleine Mühle fertig damit ich immer Pilzsuppe machen kann erstmal ok lasst mich in Ruhe wo kommt ihr alle her woher wisst ihr immer wo ich bin hey lasst mich in Ruhe ich hab euch nichts getan boah boah echt mal ja wiem ja 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 immer ja Mama 5 ist besser für mich. Meine Güte. Hier kam die. Meine Güte, ich hab die ganze Gegend gleich hier unterhüllt. So, dann machen wir den Einpilz in die. Hier haben wir den Daten. So. Nächstes Ziel. Obsidieren erstmal. Was sind die. Hier. 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 So, dann muss ich mal kurz hier hin. Oh, ich werde doch mal von mir fern. Spastis. Ey, man kann doch nicht so oft treten, wie man will, ey. Kommt immer wieder. So. Ich brauche jetzt noch ein Endeauge. Gut einen Erfolg noch. Also noch zwei Erfolge. Noch ein paar Erfolge und dann habe ich es. So, gucken wir erstmal. Was haben wir hier? Das hört sich sehr nach Lava an. Mr. Lava Lava. Also vier von diesen Obsidian-Blöcken brauche ich auf jeden Fall. Das heißt also nur noch zwei, dann kann ich, dann brauche ich noch Papier. So, dann nehmen wir mal von hier noch schnell. Dann verbrenne ich mich mal kurz zu Tode und... Ach nee, ich kann ja nach oben klettern. So, der nächste Erfolg wird auch gleich sicher sein. Und dann... Dann war es das. Das Diamanten habe ich. Das Leder habe ich. Gut. Ich glaube, ich mache jetzt mal nur zwei. Daraus mache ich einmal Papier. Immer muss ich einmal Leder. So. Ich spiele keinem weiter, wie man das Papier hinpackt. So. Die Diamanten warten. Da. Einmal so. So. Und so. Und schon habe ich einen Verzauberungstisch. Und die Wildbörder erweitert sich nochmal. Das heißt also, ich muss jetzt... ein paar Erfolge erzielen, dann habe ich es. Was wäre der nächste Erfolg? Mit dem Bibliothekar, da brauche ich drei. Das Ende. Verursache acht Herzenschaden mit einem einzigen Schlag. Hm. Glück zwei. Hm. Wo packe ich denn jetzt den... Dann mache ich mir lieber unten nochmal Raum fertig. So, hier habe ich die braune Pizze schonmal meine erweitert. Ich glaube, den Verzauberungstisch mache ich einen Schritt weiter oben hin. So einen Raum. Am besten hier so hin. Erstmal hier noch einiges abfahren. Na. Trämmenbruch. Wie ich das hasse. So. Das reicht. Oder? Ne. Machen wir mal einen Zoom. Machen wir genau hier hin, dann passt das. So. Rückstoß eins. Halbbarkeit eins. Halbbarkeit eins. Okay. Kann ich jetzt noch nichts machen. Hm. Was heißt also... Meine Kühe müssen... Gefüttert werden. Nein, nein. Du kannst jetzt noch Schwer überstellen. In Zucht. So, dann haben wir schon mal für heute ein paar Sachen erledigt. Also bis zum nächsten Mal, euer DJ Pautchen.